Das ist wirklich ein kurioses Schauspiel im Doppelstern-System V404-Zygny. In einer Entfernung von 7800 Lichtjahren scheint hier ein schwarzes Loch völlig außer Kontrolle geraten zu sein. Denn anders als es schwarze Löcher normalerweise tun, feuert dieses ungewöhnliche Exemplar seine Materienstrahlen nicht in dieselbe Richtung. Stattdessen eiern die Jets laufend hin und her und ändern ihre Richtung. Clixoom Science & Fiction, hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen! Bei den sogenannten Jets handelt es sich um gigantische Materiestrahlen, die bei den meisten uns bekannten schwarzen Löchern wie Fontänen aus der sogenannten Akkretionsscheibe herausschießen. Dabei handelt es sich um eine Scheibe aus Gas und Staub, die fast mit Lichtgeschwindigkeit um das Loch in der Raumzeit rotiert. So werden heiße Plasmafetzen ins All katapultiert. Höchstwahrscheinlich bestehen diese Jets aus Nickel und Eisen und bewegen sich mit unglaublichen 200.000 Kilometern pro Sekunde ins All. Das entspricht zwei Dritteln der Lichtgeschwindigkeit. Forschungsteams wissen immer noch nicht ganz genau, wie diese sogenannten Jets entstehen. Doch höchstwahrscheinlich sorgen Magnetfelder dafür, dass das Material peitschenähnlich weggeschleudert wird. Nach Auswertung der Chandra-Daten ist die Energie solcher Jets wohl zum einen von der Masse und zum anderen eben vom Drehmoment des Schwarzen Lochs abhängig. Doch diese Materiejets des Schwarzen Lochs im Sternensystem V404 Cygni verhalten sich ganz anders als in vergleichbaren Systemen. Das hat jetzt ein australisches Forschungsteam durch die Analyse in verschiedenen Wellenlängen Bereichen mit einem Verbund aus zehn US-amerikanischen Teleskopen gezeigt. Auch der Röntgensatellit Integral der Europäischen Raumfahrtagentur ESA trug einen Teil dazu bei. Denn so konnten die Experten und Expertinnen bis zum inneren Rand der Aggressionsscheibe vordringen. Fest steht, das Schwarze Loch in diesem Doppelsternsystem saugt Materie von seinem Begleitstern ab. Diese Materie sammelt sich dann auf der etwa 10 Millionen Kilometer breiten Aggressionsscheibe und strudelt dann in die Schwerkraftfalle. Doch anders als es sonst bei Schwarzen Löchern üblich ist, schlingern die Materiejets wild hin und her. Das Ganze erinnert ein wenig an eine wild gewordene Schlange oder aber an einen Gartenschlauch, der außer Kontrolle geraten ist. Laut der Fachleute ändert der Jet seine Richtung in weniger als einer Stunde. Zur Dynamik des Schwarzen Lochs und der rotierenden Scheibe sagt James Miller-Jones von der ESA. Wir glauben, dass die Materiescheibe und das Schwarze Loch unterschiedlich ausgerichtet sind. Das scheint den inneren Bereich der Scheibe taumeln zu lassen wie einen langsamer werdenden Kreisel. Eine wirklich außergewöhnliche Entdeckung in 7800 Lichtjahren Entfernung. Bekannt ist dieses Schwarze Loch, das die Materie seines Nachbarsterns verschlingt bereits seit 1989. Es ist ein stelares Schwarzes Loch, also nicht ein so riesiges und hat etwa die neunfache Masse unserer Sonne, also viel kleiner als das supermassereiche Schwarze Loch Sagittarius A-Stern im Zentrum unserer Milchstraße, das Schätzungen zufolge 4,3 Millionen Mal so schwer ist wie unsere Sonne. Solche stellaren Schwarzen Löcher, wie das jetzt beobachtete im Sternensystem V404 Zygni, kommen millionenfach in unserer Milchstraße unserer Galaxie vor. Doch warum verhalten sich diese Jets so anders und entweichen eben nicht wie gewöhnlich senkrecht zur Scheibe? Ursache für all das ist laut Ansicht der Experten und Expertinnen wohl die Supernova, aus der das Schwarze Loch hervorgegangen war. Diese könnte dem Schwarzen Loch einen Stoß versetzt haben und es so zum Taumeln gebracht haben. Seine Achse schwankt durch den Raum vergleichbar mit einem Kreisel. Das führt dazu, dass auch der Jet seine Richtung verändert. Dem Astronomie-Team zufolge könnte dies auch bei anderen Schwarzen Löchern der Fall sein. Bereits bekannt ist ein weiteres Schwarzes Loch mit einem rotierenden Jet, der allerdings sechs Monate für einen Umlauf braucht und nicht in weniger als einer Stunde. Verrückt! Was wäre, wenn ein massives Schwarzes Loch neben der Erde auftauchen würde? Panik oder was? Astrocomics TV klärt es. Hier draufklicken, anschauen und natürlich Astrocomics TV abonnieren. Bis dann! Bleibt dran!